Hi Leute und willkommen zurück zu Age of Empires 2. Wir haben im letzten Part ein bisschen Krieg geführt, mal wieder. Hat schon ewig gedauert und ja, wir sind dabei, den jetzt zu überrennen, weil er endlich mal das Mal gestorben ist. Wir wissen nicht wie, aber als wir den angriffen haben, hat er sich irgendwie geopfert und seitdem hat aufgegeben. Was richtig, richtig neu ist es. Zumindest für uns. So, ich höre irgendwie. Warum tut ihr das? Lass die blöden Häusern in Ruhe. So, dann ist das jetzt, Moment, Team 1. Zack, da hin. So, ihr geht auch mal wieder weg. Und Team 2. So. Machen wir den erstmal jetzt kaputt. Und wir werden natürlich auch unsere Trieböcke nutzen. Na komm, nehmen wir dich auch weg. Wir müssen uns echt mit den billigen Einheiten rumprügeln. Schon ein bisschen schrecklich. Hallo? Wo ist der? Wo ist der? Da unten. Okay, machen wir euch zu neuen Nummer 3. Ihr greift die Burg an. So, wir werden jetzt einfach nur die letzten, er wird ja keine neuen Leute mehr herstellen, wenn er aufgibt. Jedenfalls so meine These. Sobald die Burg gefallen ist, soll das auch gewesen sein. Ach, die Burg ist weg. Na perfekt. Dann baut ihr euch einfach mal auf und schießt auf, was ihr wollt. Nein, 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 nein. Tut ihr nicht, tut ihr nicht. Stopp. Zurück. Okay, er hat die Burg selber abgerissen, was eigentlich ganz gut ist für uns. Wenn sie jetzt keine Gebäude hier angaben, das da muss ich unbedingt haben. Weil wir immer genug nachschrauben haben an Gold. So. Hier haben wir schon einiges verloren. Aber es war auch vorhersehbar. So. Die Burg hat sich selbst abgerissen. Das Ding wartet bestimmt nicht mehr auf. Mal zeigen, was ist das. Mal ein Dortzentrum. Halt, wie viele Dortzentren er bauen wollte. So. Das sind dann auch die letzten Einheiten, die er hier hat. Sehr gut. Endlich mal. So. Dann machen wir das. Wenn wir hier das Teil sichern, lassen wir viele davon herstellen. Was haben wir denn? Warum tun die das? Lass uns einfach mal die blöden Gebäude in Ruhe. So. Ich gehe da hin. So. Das heißt für uns, wir brauchen... Äh, nein. Was brauchen wir denn? Wow, Moment. Hier. Angriff. Glaub ich ja jetzt nicht. So. Was hatten wir denn jetzt? Der kann noch sterben. Hier. Ihr schnappt euch den. Okay. Das ist dein Ernst? So. Ihr bleibt da stehen. Ihr bleibt da stehen. Schön. Und ich brauche unbedingt... Da. Wenn wir es da hinsetzen. Du hilfst ihm dabei. Wo auch immer du herkommst. Ach so, ja. Gerade Robert. So. Da ist nichts. Die hier... Falken noch ein bisschen. Das sollen wir so machen. So. Perfekt. Das können wir endlich mal... Geld. Sehr geil. Gut. Haben wir endlich mal... Goldnachschub. So. Was wollte ich jetzt hier machen? Du kannst... Hier, Holzfällen. Kann man immer gebrauchen. Ach, geht er weg. Danke. So. Das stellt sich einfach stumpf dazu. So. Und dann werden wir jetzt erst mal hier das hier machen. Um die was zu tun. Ich glaube, hier auch was zu tun. Du bewachst den da. Schön. So. Haben wir das. Wir brauchen. Wir brauchen. So. Wenn der fährt... Lassen wir die hier fahren. 26 Gold pro Karin ist okay. Dann können wir auf jeden Fall arbeiten. So. Dann kann ich... ...bisschen Steine kaufen. Mal gucken, dass sie nicht stehen bleiben. So. Der bleibt tot. So. Hoffe ich, dass die auch lange leben. So, dann können wir uns auch endlich mal ein paar teurere Einheiten kaufen. Nämlich die hier. Dann fallen die auch nicht mehr so schnell um. Und dann können wir auch endlich mal was reißen. So. So. Das hier bleibt... ich kann noch mal wo wir denn hin Bremsaform fährt er bis dahin ach die fahren jetzt alle hier ok hat sich das gerade erledigt zack manche fahren jetzt nach oben und manche nach rechts oder was oder fahren jetzt alle nach rechts weil sie nur dreimal gefahren sind ja jetzt mal nach rechts super wohnen sich mal so gar nicht oh kein Gold so wenn die erstmal alle fahren dann passt es ja wieder dann müssen wir das erstmal in Gang zu kriegen so haben wir noch jemanden der nichts tut oh shit so bloß abfangen den Kram ihr überwacht mal das Gebäude schön so dann überwacht das auch wir hoffen dass sie das auch hinkriegen so jetzt kann ich sagen dass einem so viel Gold fehlt vielleicht lag es daran dass ich am Anfang ich glaube eins von den kaputt gemacht habe von den Handelsdingern hier Marktplatz und ja seitdem sind wir Platte hier haben wir eins kaputt gemacht aus Versehen genau so war das ist schon ein bisschen her seitdem ich das gespielt habe also nicht wundern so kann man die Zeit für schleunigen ich glaube nicht Ziele bauen und halten sie eine Burg in jeder der folgenden Städte genau die soll ich auch eine Burg hinstellen wenn ich eine Steine hätte dann sind sie wieder unsere Probleme ich weiß nicht wie ich das bewege ich kriege mal noch Steine schön na denn kann ich nochmal irgendwie hier ein, zwei Menschen bauen das verzähle ich das Maximum oder kann ich das noch erhöhen ne 20 mal süße okay dann brauchst du das dann nochmal jetzt wird es aber knapp so äh ich muss irgendwie ihn töten tut mir leid du auch so das sind gute Einheiten die Mönche brauche ich jetzt äh ich mach mal einen weg die Dinger kann ich auf jeden Fall noch gebrauchen Nahrung habe ich mehr als genug kann so die weg das weg kann ich sein dass ich schon so das Maximum erreicht habe krass so das 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 ja dieser weite Weg den ich laufen muss ne so und weg damit ich hab nicht wirklich was an Menschen die ich groß loswerden kann ja hier die vielleicht so was mit euch brauche ich euch ja ich brauche euch hm ich brauche mal dringender Gold viel dringender brauche ich gerade Gold die mir Stange leisten kann und dann künftig Burgen baue hier pick mal ein paar raus die los sind noch einer ja da hups nein kann ich einfach hier unten raus suchen ne geht vielleicht schneller so du noch du auch noch passt so dann kann ich jetzt mal arbeiten ich brauche auch noch ein Heini oder nicht aber wir sind draufgegangen so das das muss zu passen dann habe ich auch genug Gold dann kann ich die hier langsam mal alle durchtauschen gegen ein paar von denen guck mal Stein kommt auch langsam rein das ist gut das brauche ich nur noch mal irgendwie jetzt habe ich ja natürlich alle getötet hier ist er so ich brauche mal hier hin muss ich gleich die Burg hier reinbauen dann ist super so wieder ein bisschen Platz machen das können wir abreißen brauchen wir nicht mehr und wo ist meine Arbeiterin ist sie schon da da ja oh shit so ich kann das reparieren ihr tötet schon ein bisschen dreist der Blaue naja so das sieht gut aus meine Torfbrunner ist da aber auch hier in die Burg rein sehr gut so wo ist der Blaue überhaupt erst wohl für so die holen sich noch das letzte Stein hier was ich glaube ich noch finden konnte wieso habe ich das eigentlich vorher nicht gesehen wo soll es für land ich habe gestorben oder was na egal so das könnte ich machen brauche ich aber irgendwie jetzt bei hier kommen schadet ja auch irgendwie nicht so die Burg ist fertig dann repariert die da auch nochmal so ich habe mir davon schon ein paar baum oh shit brauche ich dann da auf na eigentlich kommt er wieder zurück da sind viele die sind hinüber kurz bevor es fertig wird wollen die mich verarschen so dann brauche ich jetzt die hier toll das klingt schon wieder ein bisschen auf so du kommst mal hier hin oh die sich jetzt schon wieder ausgebreitet okay man weiß es nicht so gut dann immer wieder alle her das rückt ja in der Ernst oder gut komm mal da hin das kann ich was hören hier ah toll da noch mal gekommen so wenn wir das haben sieht das ganze schon mal viel besser aus es tut mir leid das so lange dauert so so die Mission macht mich aber langsam wahnsinnig so jetzt können wir noch ein paar Steine kaufen und ihr seid tot so das reine wie so das aus wenn es gerade gebrannt hätte naja okay das haben wir perfekt oder zählt das gar nicht wenn ich jetzt drinne aber irgendwie sieht es gerade nicht so aus wo sollte ich hier gar nichts bauen weil mal Savos ne Nabo und Tolosa Tolosa ist bei ihnen und Nabo ist der Rote aha na gut dann habe ich hier jetzt unnützvollerweise gebaut schadet aber auch nicht ich hätte lieber hier hinstellen sollen naja egal so das heißt für uns wir werden jetzt Produktion bis zum Hof haben von den etwas besseren Einheiten weil wir uns endlich mal gute Einheiten leisten können nicht mehr diese komischen Krippel Leute hier so die können wir töten und die hier kommt da hin so ich kann nach vorne nehmen dann greifen wir ihn hier mal an im nächsten Part ich glaube das wird ganz gut ja doch so jetzt kriegen wir endlich Gold Steine haben wir auch ein paar sondern können wir uns mal vielleicht kaufen ich sehe gerade irgendwie ist das so ist ein Eis schade ich weiß hier wieder Stein das ich irgendwie übersehen hätte aber nein so gut dann dann bänden wir aber hier den Part wir werden wir nächstes Mal die Einheiten hier voll machen und ja dann können wir auch mal zum Großangriff übergehen dann bis zum nächsten Mal ciao